Zweiter Part zum Euro-Babel-Fishing-Turnier von RF4. Heute stehe ich hier am Bärensee. Auch der darf ja beangelt werden bei dem Turnier. Und auch hier gibt es die Barbe. Also, ran an den Bärensee, ran an den Spot und testen. Auch hier stehe ich jetzt schon mittlerweile an den dritten Spot am Bärensee. Zwei Klassiker habe ich schon getestet. Da ging leider gerade nichts. Und jetzt hier an der Stelle ballerte zumindest gerade eben schon mal eine schöne knapp 3 Kilo Barbe rein. Ist schon mal ein gutes Anzeichen dafür, dass die Barbe da ist und dass sie die Köder mag. Und bei den Ködern habe ich heute nochmal ein bisschen rumprobiert und rumgetestet. Und habe jetzt hier auf den drei Routen drei beziehungsweise ähnliche Köder, aber in drei verschiedenen Variationen. Wir sind hier an der Position, die auch recht bekannt ist. Oben hier auf F4, 55, 63. Man wirft quasi, wenn wir mal hier jetzt so das Auge nehmen, man wirft quasi da so hin in diesen Spalt, der sich hier auftut. Und wenn wir uns das auf der Map angucken, sehen wir, wir werfen quasi hier in diese Area. Und man kann natürlich auch sehr weit werfen. Aber ich denke mal auch gerade so dieser Grenzbereich hier zwischen diesen verschiedenen Tiefen ist immer auch wieder interessant. Also den Bereich werfen wir hier an auf ungefähr 21 Meter. Man kann das auch mal probieren, wie gesagt, mit ruhig so in Richtung 27 Meter, dass man dann deutlich mehr ins Tiefe reinwirft. Und eine andere Möglichkeit ist es, hier vorne hier hinzuwerfen, diese Schilfkante anzuwerfen. Und zwar ruhig hier diesen etwas inneren Bereich. Auch das gucken wir uns mal eben auf der Map an. Da sieht man das immer ganz gut. Das wäre dann genau hier. Ihr seht diese Schilfkante, das ist halt so ein bisschen spitz zulaufend hier. Und wir werfen dann einfach hier in diesen Schenkel rein. Und das passt auch immer ganz gut. Kann man immer mal wieder testen. Ja, an der Stelle, wie gesagt, jetzt hier auf gerade 21 Meter. Die Grundaromatik ist wieder Tintenfisch. Tintenfisch, Oktopus und das Ganze dann auch hier wieder nicht ganz so groß. Der erste Brocken ging jetzt hier tatsächlich auf den Einserhaken rein. Das andere Setup ist ähnlich zusammengebaut. Wie dieses, gucken wir mal direkt rein. Allerdings jetzt hier dann mit einem Eins-Nuller-Haken. Wichtig hier auch in Kombination, wenn man den Untergrund überprüft. Wir sind hier mit einem braunen Ledcore unterwegs. Es ist also jetzt kein grasig-grüner Untergrund, sondern eher Clay, also Lehm oder so schlammiger Untergrund. Und dafür braucht man dann eben passend diese verschiedenen Farben. Also einmal dieses Ledcore am besten. Auch das hier in sehr, sehr guter Qualität für diesen lehmigen Untergrund eben auch. Und dann hier nochmal im Detail so eine Art Blei. Einfach so von der Farbe her. Da passt das immer ganz gut. Gut, dann haben wir hier eben noch die Möglichkeit, auch an dem Vorfach ein bisschen zu variieren. Man muss für die Barbe nicht ganz so schwer reingehen, wenn man sich da so ein bisschen mehr aufs Finessenreiche konzentrieren will. Vielleicht so zwischen 15 und 20 Kilo als Vorfach reicht eigentlich komplett. Und dann von den Haken her, ja ich sag mal so ein 1.0er Haken sollte schon ganz gut funktionieren. Eben auch für die größeren Brocken. Trotz allem eben noch mit einer vernünftigen Frequenz. Ja, 15er und 16er Boilies auch hier. Auch hier kann man natürlich wieder ein bisschen variieren, wenn man merkt, okay der Spot ist gerade wirklich hot. Da geht was. Und man hat vielleicht auch perfektes Wetter für die Barbe. Dann einfach mal probieren, ob man da nicht auch ein bisschen größere Boilies verwenden kann. PVA habe ich natürlich auch angewendet. Gucken wir gleich nochmal eben rein. Die dritte Route hier, da ist sie, die ist dann mit Pop-Up zusammengebaut. Beide anderen Routen gerade, links und rechts, also kleiner Haken, großer Haken, waren jetzt beide klassische H-Montage. Jetzt hier einmal im Test natürlich nochmal Pop-Up-Rig. Alles so vom Setup ähnlich. Einserhaken erstmal. Und hier gibt es dann kein Tintenfisch beim Pop-Up, sondern Oktopus. Oktopus 16, Tintenfisch dann rot als Mais und Tintenfisch als Mische. Ich habe jetzt hier zweimal großes PVA reingeschmissen. Das heißt also, der Spot sollte jetzt so einigermaßen aktiv sein. Vielleicht ballere ich noch ein drittes Mal rein. Dann sind da, was sind da drin, 10, nee 15, 15 verschiedene oder 15 Bällchen sozusagen. Das sollte dann aber auch in Gänze erstmal reichen für eine längere Zeit. Die Wirkdauer, da können wir natürlich auch nochmal eben kurz reingehen. Schauen wir da mal eben rein. Also, hier haben wir das PVA. Natürlich auch möglich, ganz normal hier mit der Futterrakete. Futterbällchen auf 21 Meter wird schon ein bisschen knapp, aber kann man vielleicht noch probieren. Sonnenblumenkernbasis habe ich diesmal genommen. Ich habe hier jetzt Tintenfisch-Kräuter-Feed-Pellets und dann Tintenfisch-Rot, roter Tintenfisch-Feed-Pellets in 15 und in 10. Also schon die etwas größeren Feed-Pellets mitgenommen. Lehm mit reingenommen. Lehm erhöht zum einen die Haltbarkeit. Lehm sorgt aber natürlich auch dazu, dass es vielleicht nicht so schnell weggetrieben wird. In dem Fall nicht notwendig, aber ich habe immer den Eindruck, dass gerade Baben, die halt so auf dem Grund rumrennen und da rumgründeln, dass die gerade bei solchen Lehm mischen irgendwie da eher interessiert dran sind, weil das vielleicht eher so in dem Grund halt irgendwie oder mehr auf dem Grund liegen bleibt alles. Von daher haue ich ja immer gerne Lehm mit rein. Eine andere Möglichkeit hatte ich ja schon in dem anderen Video beschrieben. Verlinke ich am besten auch nochmal eben oben in der Ecke. Das ist halt das erste Video gewesen zu den Baben am Bernsteinsee. Und da ist die Futtermische ein bisschen anders aufgebaut. Das ist quasi klassische Babenmische Plus. Wie gesagt, da einfach mal reinschauen, wenn du das noch nicht gesehen hast. Auch das wäre natürlich eine Möglichkeit für diesen Spot. Beziehungsweise, was man natürlich auch machen kann und was auch am Bernsteinsee immer wieder gut funktioniert, dass man quasi am Bernsteinsee einfach mit Käse rum hantiert. Und da würde ich dann wieder diese klassische Kombination nehmen, die ich wie gesagt am Bernsteinsee verwendet habe. Diese klassische Kombination von der Babenmische plus Käse. Also da dann einfach eine Käsevariante mit reinmischen und dann hat man da ganz natürliche Aromen. Geht da jetzt quasi nicht auf solche Boily Aromen hier mit Fischigen und Tintenfisch ein, sondern bleibt dann da eher im käsigen Bereich. Na, war das hier für den Lümmel gerade zu groß oder was? Der ist auf jeden Fall wieder abgehauen. Schade. Aber ich lasse das Ganze erstmal noch so, wie es ist. Ja, so langsam wird es eng von der Zeit. Nachts ist es eher selten für die Barbe und dann geht es halt so langsam wieder los in den Morgenstunden. Also frühe Morgenstunden für die Barbe würde ich nicht wie sonst für die Karpfen, sonst für die Karpfen fütter ich gerne so gegen vier Uhr an. Für die Barbe würde ich eher anfüttern oder nachfüttern. Heißt also, wenn ihr den Spot das erste Mal betretet und da anfüttert und es ist vielleicht gerade Nacht, also dann würde ich sagen so zwischen ein, zwei Uhr vielleicht mal ins Anfüttern gehen, dass der Spot dann schon mal aktiv ist. Und dann kann es einfach gut sein, dass gegen vier Uhr, ja beziehungsweise fünf, sechs Uhr das dann losgeht, dass die Barben reinballern und dann gibt es wieder so eine Mittagszeit, so eine kleine Pause und dann geht es erst halt wieder Richtung Abendstunden nochmal ein bisschen besser rein. Also da nicht verwundern, das heißt also entweder halt nachts am besten starten oder eben mittags starten, so wie ich jetzt hier an dem Spot bin ich dann halt auch in eine Mittagszeit rübergegangen beziehungsweise wenn ihr dann aktiv sucht nach anderen Spots, am besten dann immer diese Phasen nutzen, wo die Bissfrequenz oder die Bisswahrscheinlichkeit eh gering ist, das heißt also nachts, also um Mitternacht vielleicht herum oder halt um mittags am Tag und dann neue Stellen suchen. Heute hatte ich hier schon getestet auf 55,31, auf 44,50 hatte ich auch schon getestet, hier so auf 24 Meter, hier auch auf 17 Meter, das sind so die ganz klassischen Stellen. Dann kann man allerdings auch ein bisschen, also wenn hier 55,31 ist, ein bisschen weiter runter, das ist hinter einem Baum und dann findet man hier in dem Bereich ein großes Geäst im Wasser. Auch da gibt es Videos und Spots im Discord zu, also Spots im Discord beziehungsweise Videos auf dem Kanal, einfach mal in der Suche im Kanal nach Barbe tippen und diese alten Spots abklappern. Das ist glaube ich das Beste, was man machen kann, Spots, die schon mal funktioniert haben, einfach nochmal nachfischen, nachprobieren, ob das funktioniert und dann gucken, dass man über diesen Weg quasi erfolgreich dann auch im Turnier ist. Petri ihr Lümmels, ich hoffe es hat geholfen, zieht euch die Baben raus. Ich warte jetzt hier natürlich noch auf die Morgenstunden, dass mir hier auch nochmal so ein schöner Lümmel reingeht. Und ja, und dann toi toi, wenn es geholfen hat, Daumen da lassen fürs Video, Kanal abonnieren nicht vergessen und dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos oder im Livestream auf Twitch, montags, mittwochs und freitags immer um 19 Uhr. Petri. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.